Es folgt die passive Entspannungsübung mit den Schwerpunkten Schwere und Wärme in Armen und Beinen Bauch und Magen entspannen Kühle Stirn Es ist wichtig, dass der Übungserfolg nicht erzwungen wird, sondern es einfach geschehen lassen und Gefühlsempfindungen mit Geduld erwarten. Es ist wichtig, dass der Übungserfolg nicht erzwungen wird, sondern es einfach geschehen lassen. Es ist wichtig, dass der Übungserfolg nicht erzwungen wird, sondern es einfach geschehen lassen.